Ich glaube grundsätzlich, wenn ich das sagen darf, das familiäre Umfeld, das was man nicht nur von Remax Österreich erfährt, sondern auch von den ganzen Bürobetreibern in ganz Österreich. Auch natürlich, dass man sehr viel Austausch, sehr viele Berührungspunkte mit neuen Menschen hat, neue Lebensgeschichten kennenlernt und natürlich auch hier an jedem Kunden bestmöglich helfen kann. Ja, dass er die besten Chancen hat, dass er am meisten Objekte kaufen und verkaufen kann. Der wichtigste Grund für einen Remax Makler, naja, an und für sich das Netzwerk als solches, die ganzen Marketing-Dinge, die man hat. Also man hat immer jemanden, der im Hintergrund ist. Man kann jederzeit beim Remax Austria, also bei der Zentrale, für solche Dinge, Anliegen immer jemanden kontaktieren. Man erreicht immer jemanden, der sich da sehr entgegenkommt, sehr hilfsbereit. Und ja, also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor für einen, der als Quereinsteiger vielleicht einsteigt, dass man da immer um sich Kollegen hat, die wirklich auch an weiterhelfen und auch zusammenarbeiten. Wir sehen uns in der nächsten Phase! Vielen Dank.